oh ja Leute, da sind wir, Robin und ich bei einer Runde One in the Chamber LoL, ja Tribute von Panem HANA GAMES Panem forever er war scheiße und vor allem vor er war so und jetzt geht es los und diese zember auton mehr proben ist dabei und er fremden schilds los geht's wieder bei unter meinem ersten kill in der woche dort alter frame rate die kackt bei mir richtig ab zu lernen so scheiße spawne camper ja die sind scheiße ja der kommt auf einmal von oben angesprungen während ich gespawnt bin sorry katniss katniss hat doch schwarz hat doch so dunklere haare oder scheiße ja so wo soll ich das bist du ich wollte schon auf dich zielen noch drei herzen alter ja ich hab noch zwei so scheiße ist ja gut ich hatte auch noch ein herz ist ja klar so hey link oder so hey wollte ich alter dieses visier mich bei dann ich konnte wieder nach links noch nach rechts hey da bist du hinter dir nein ach so danke für den tipp scheiße voll daneben ja hoch ich hab sechs kills ich hab nur noch einen ja ich hab zehn ich hab nur noch ein leben so alter hilf mir danke nee das wäre spawncamping so ein bisschen aus und macht den fall oh ich hab auch einen fall ja es war besser so dass du mich gekillt hast ich hätte sowieso kaum noch leben gehabt so ich hab den sogar getroffen cool ähm ja wir sind da hinten alter lol ok ich bin tot hast du noch ein Pfeil? ne ich bin tot ich auch woher hat der den Pfeil? hat der wohl jemand gekillt? ne der hatte zwei Pfeil du ne der hatte zwei Pfeil du na egal wir sind beide raus in seiner nächsten Runde waren wir jetzt schon mal gleich wie der Typ einfach immer einen Punkt in den Chat schreiben um zu symbolisieren dass der 14.000 Wechseln hat 75 Punkte hat egal in sieben Sekunden geht es los bei Wild West und go huh diesen Wap find ich auch ziemlich cool eigentlich oh voll daneben oh fuck voll ich auch ich bin voll ausgerutscht meiner 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 alter danke wow ich hab den Pfeil für dich abgefahren da ist ein Camper ding 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 ey da ist ja wieder ein Camper yo ist das scheiß Camper alter ja wow wow voll daneben oh hier bin ich ja eben schon gespawnt ach da ist ja wieder unser Herr Camper na du Fickerleister und du erst mal und ja du und du auch und scheiße aber ich hab ja wie viel mehr Pfeile cool heute wollte ich grad abschießen pass auf hö hö Alter glaub ich nicht immer meine Kills sind meine Kills aber nein ich will die scheiße scheiße oh nö hab ich die Hände in meinem Leben verprasselt und du glaubst mir dann auch noch auf netten ja aber ich war grad in so einem hübschen Killstreak lass mich ich wollte den Pfeil dafür mir glaubt immer jeder den Kill ich hätte schon übelst viele Kills gehabt aber nein mir kalt jeder den Kill was meinst du so Alter ja ja nein das was du hast du gesagt also gemein ja toll aber guck doch auf die Liste ich will doch oben stehen ich hab nur zwei Kills man ah dann kriegst du ja sowieso nicht ob du drei oder vier Kills hast oder doch also ich hab ja so wenig gezahlt mir hier die ganzen geklaut ach so Alter wir können die nur so wir können die nur so schnell hier in Bogen ziehen ja ja zu sehen gut können die das nur so schnell machen ja keine Ahnung ich kann's halt auch ein bisschen kann das überhaupt nicht ich meine der steht vor mir er hat das Schwert in der Hand und dann auf einmal schießt er mich mit dem Bogen ab da denk ich mir auch nur so oh ich denke gar nicht ich muss allein gegen diesen Typen kämpfen der einen Punkt vor mir liegt ok noch 20 Sekunden ein Punkt der liegt zwei ach nee ein Punkt da wo ist der wo ist der wo ist der der liegt ein Punkt vor dir und hat zwei leben mehr als du ja wo ist der reporter da ist er 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 komm ich muss noch kriegen jetzt fehlt nur noch diese britische Verfolgungsmusik da ja ey das ist voller weiter der haut doch nur ab ist doch unfair Köln die 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 hey ich kann mich mit drei schlägen killen der die niemals leiter hoch ja es ist ein bisschen dumm ne hey der steckt den boden fest ist doch unfair nein alter einmal zack über den ganzen bildschirm gescrollt hat der und dann zu mir so so Huch. Scheiße. Uh, schnell weg. Ah, Mist. Hi. Hi. Verstecke mich gerade so ein bisschen. Ich habe nur noch Lowlife. Ja, ich auch gerade. Ich habe nur noch ein Leben. Das ist das Problem. Ich habe noch zwei. Oh, ein Doppel zu viele. Hi. Ich helfe dir. Was auch mehr als Doppel zu viele Punkte. Hey. Lol. Ja, gut. Der war halt besser als ich. Muss ich. Rache. Scheiße, der hat mich schon wieder gekillt. Ja, okay. Ich habe ihn aber umgebracht, aber dadurch habe ich jetzt wieder einen Pfeil. Du musst verhindern, dass dieser Eis-Pixel Punkte bekommt. Weil jetzt bin ich gerade noch vorne. Scheiße. Der hat noch. Wieso sind Leute eigentlich immer über mir, wenn wir gleich viele Punkte haben? Das ist irgendwie ironischerweise immer so. Äh, wegen deinem L. Wegen meinem L? Ne, das ist nicht immer so. Manchmal, einer hat auch mal ein Z oder sowas gehabt, ne? Und der war auch vor mir. Ich sehe dich, du, du Cheater, du, du. Kill den. Sehr schön. Ja. Der wartet auf mich, dass ich um die Ecke gehe. Ich warte auf ihn, er schaut um die Ecke, er ist tot. Wieso alle behaupten, dass jemand ein Hacker wäre, ne? Dein Fein ist irgendwie abgeprallt. Was? Dein Fein ist irgendwie abgeprallt. Also nicht gesehen. Wixer. Alter, du kriegst ihn sogar noch, cool. Ja, ich hab überlebt. Ist doch super. Okay, eine Runde machen wir noch, okay? Ja. Also dann, bis gleich. Der liebe Pädobester. Ich wurde gekickt. Aha. Ja, da ist er ja wieder, da läuft er ja rum. So, Leute, neue Runde, neues Glück. Und, ja, wir spielen hier auf dieser Map Candyland. Und, ja, dann geht's mal weiter los, ne? Hat er immer drei Minuten Zeit? So. Vorhin hat jemand voll daneben geschossen, obwohl er direkt vor mir stand. Oh, er wird hier wieder am Anfang... Das warst du, der mich gekillt hat, ne? Wirklich? Ja. Nee, ich hab neben dir her geschossen. Ja, und warum bist du dann durch mir durchgegangen, als ich dann... Ja, ich bin durch dir durchgegangen und hab dann geschossen. Achso. Oh, der hat ein Assassinskind. Oh, Alter. Alter. Alter, ich bin grad übelst lang. Ich hab grad übelst lange durchgehalten. Also ich hab auf jeden Fall vorhin an hier vorbeigeschossen, soweit ich mich erinnern kann. Weil ich nämlich, äh, den anderen, der ist da auch gefallen, direkt. Wie manche Leute auch im Sprung, als ich den Pfeil schießen und dann treffen, ne? Das ist auch manchmal episch. Ich bin noch voll weit hinten mit den Punkten. Ist gar nicht so. Na gut, du bist über mir. Trotzdem bin ich weit hinten. Aber ich bin weit hinten. Nicht so weit hinten für mich. So, ich hätte dich fast getroffen. Wow. Alter, jetzt hast du mich getroffen. Ja, jetzt hab ich dich getroffen. Aber, alter, herzhaft. Wieso? Musste ich dich genau umbringen? Es ist doch alles nur für die... Dates. Ich hoffe, du stirbst jetzt. Eine gute Werbung. Ich will auch dich. Was, ich will dich doch die Dauer. Oh, ich war... Alter. Den bringe ich auch noch rum. Du hast doch glücklich. Du hast doch gleich viel Punkt. Hä, meinst du doch auch nicht extra? Nein. Nur nicht, ne? Ich hab noch drei Leben. Das sind immer noch einer mehr, ein Leben mehr als du. Ja, dafür hab ich ein Kill mehr als du. Und ich find grad keine Leute mehr. Ein Kill mehr? Ja, siehst du? Da ist ja mal wieder jemand, der wieder über mir ist. Das regt mich irgendwie mal vor aus. Ja, A ist vor O. Nee, das geht nicht nach Alphabet. Ist wirklich so. Alter, ich hab nur noch ein Leben jetzt auf einmal. Und ich find hier keine. Wo sind die denn alle? Bei mir. Wie, bei dir? Ist ja unfair. Da bist du. Kann ich dich killen? Ich will die Punkte. Ich will die Punkte. Wichser. Ich hab extra nicht auf dich geschossen, sonst hätt ich die auch grad umgebracht. Ja, 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 ja. Das sagen sie alle. Ja, hätt ich. Ah, den hätt ich auch noch getroffen. Egal, gewonnen. Keiner. Hö, hö, sorry. Ich dachte, ich hab einen Waffenstillstand. Ja, manchmal auch nicht. Auf jeden Fall, danke euch für's Zuschauen. Und gebt einen Daumen hoch, wenn's euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann irgendwann später wieder im nächsten Video. Ciao.